Willkommen bei Krebser und Freiler, das Planungsbüro für Gebäudetechnik. Energien richtig eingesetzt, ökologisch und zukunftsorientiert, Hightech als Standard. Über 20 Jahre Erfahrung in mehr als 700 Projekten belegen unsere Kompetenz. Unser Beratungs- und Planungsbüro beschäftigt 25 Mitarbeiter für ihr Bauvorhaben im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung für Neubau- und Altbausanierung. Regenerative Energien zu nutzen, ist wichtiger Bestandteil unserer Planung. Als Pionier haben wir bereits vor 20 Jahren Solartechnologie perfekt eingesetzt und schon gestern an morgen gedacht. Beim Heliotrop in Freiburg war die Drehung des Hauses für die Gebäudetechnik besonders herausfordernd. Hier gilt, die Technik richtet sich nach der Natur. Präzision und genaues Einfügen. Bestehendes Modernisieren und technologisch Verbessern. Ob in Krankenhäusern mit speziellen Richtlinien oder in der Industrie. Beim ZAK in Ringsheim wurde beispielsweise, unterstützt durch Lösungen aus unserem Hause, aus einer Mülldeponie eine wirtschaftlich und ökologisch durchdachte Restmüllverwertung. Geschwindigkeit bei ihrem Bauvorhaben zahlt sich aus, denn es ist ihr Geld. Wir arbeiten schnell, termingerecht und haben dabei die Kosten stets im Blick. Damit sie auch nach der Fertigstellung sparen, setzen wir hocheffiziente Technologien ein. Beispielsweise wurde die Klimatisierung der Messe Freiburg von uns so konzipiert, dass die Kühlung überwiegend mit einer Adiabatenkühlung erfolgt. Dabei dienen Luft und Wasser als Quellen für die Kälteerzeugung. Fortschrittliche Technik – unsichtbar im Design Für das Design Vitra Haus in Weil am Rhein haben wir innovative Technologien und bedarfsgerechte, teils nie dagewesene Lösungen entwickelt. Krebser und Freiler konstruierte und plante eine unsichtbare Gebäudetechnik von morgen. Technische Installationen, die im Verborgenen bleiben oder Kühlrohre in den Decken zur Verbesserung des Raumklimas. Besonderer Meilenstein ist die Grundwasserwärmepumpe zum Kühlen und Heizen. Erfahrene Planung, effizienter Energieeinsatz und zukunftsorientierte Technologie im Einklang mit der Natur sind die Erfolgsbausteine der beiden Geschäftsführer Manfred Freiler und Dirk Westermann. Mit ihrem verlässlichen Team an Ingenieuren und Technikern die Nummer 1 im Spitzensport der Gebäudetechnik. Krebser und Freiler – wir bieten die Lösung.